Servus bei AAS24, ich bin der Olli, ich stelle euch heute ein Autoradio von Alpine vor und zwar das CDE192 und das hat folgende Funktion. Grundsätzlich hat das Gerät 4x50 Watt Grundausgangsleistung, damit ich vier Bordlautsprecher einfach mal so anschließen kann. Ausgestattet ist dieses Modell sogar mit drei Chinch-Ausgängen, einen für Front, einen für Rear und nochmal einen separat regelbaren Subwoofer-Ausgang, bei dem man sogar aktive Frequenzweichen aktivieren kann, um eben Bass und Hochton entsprechend auszubalancieren. Einen 3-Band Equalizer mit 10 voreingestellten Sound-Einstellungen, einen Front-USB-Anschluss und einen AUX-In. Ausgestattet ist das Gerät mit sieben verschiedenen Menüsprachen, unter anderem natürlich auch Deutsch. Ebenfalls lässt sich das Gerät anschließen auf eine vorhandene Lenkrad-Fernbedienung, also Tasten für laut und leise vor und zurück am Lenkrad. Dazu braucht man ein externes Interface, ebenfalls bei uns im Webshop erhältlich oder ihr ruft uns an. Mit integriert ist eine Farbumschaltung der Tastenbeleuchtung von grün auf rot. Also je nachdem, was ich für ein Fahrzeug fahre, entsprechend anpassbar. Zum Diebstahlschutz haben wir natürlich auch ein abnehmbares Bedienteil. Steuern tut es CDE192, ebenfalls auch ein iPhone und ein iPod und lädt es sogar. Ein super Autoradio zum Einsteigen in den Car-Hefi-Bereich oder es danach vielleicht auch nicht mehr zu erweitern. Das ist egal, wir haben ja eine super Basis, eine super Klang, super Qualität von Alpine. Wir können mit den drei Cinch-Ausgängen auch eine Anlage erweitern mit Front und Rear oder eben Sub-Bereich. Wir sind da ziemlich frei. Somit würde ich mal sagen, optimal zum Einsteigen. Viel Spaß damit, bis dann! ARS24 – Dein Autoradioshop an der A7 Abfahrt Memmingen-Süd Im Netz unter ars24.com